Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Max Payne. Auf geht's, da um der Ecke wird gleich... Ich kann hell sehen, da wird gleich... ...ein Mensch mit einer Granate warten. Wie gesagt, ich kann hell sehen. Ich sehe auch, dass wir bald nicht mehr ganz so viele... ...Kübeln in dieser Waffe haben werden. Oh. Finde ich auch nicht gut. Was haben wir da noch? Nix. Jetzt wo ich die ganze Zeit sage, mir gefällt diese Waffe, habe ich aber mal keine Munition mehr dafür. Das finde ich einfach nicht nett. Das ist nicht fair. Oh. Okay, jetzt habe ich hier wieder ein paar Hubbeln bekommen von euch, aber... Vieles ist das ja nicht, was ihr da immer abgebt. Das muss man einfach mal sagen. Ich brauche mehr Munition. 19 Schuss. Nee. Das zau ich in einen Gegner rein, wenn ich gut gelaunt bin. Hier geht's rein, richtig. War auch der einzige verbleibende Weg. Den ich so gesehen habe. Jetzt habe ich hier den Jackhammer und probiere ich den mal aus. Das ist aber auch blöd, wenn meine Schmerzen immer voll sind. Dann kann ich damit doch gar nichts anfangen. Hm. Ich finde 18 zu wenig. Ich will mehr mitnehmen dürfen. Das war lustig. Das Bild ist runtergefallen. Naja, sowas finde ich lustig. Ich bin leicht zu begeistern. Seid ruhig. Hallo. Er hat aber schon noch Unterstützung gerufen. Hallo, wir predigen hier auch. Heute. Äh, ja, wir predigen irgendwas. Ich weiß gar nicht so genau was. Aber das ist predigen wir einfach mal. Ich habe immer noch volle Schmerzen und finde die ganze Zeit welche. Naja, ne, Pola. Habe ich gerade einen Schrotflinten Menschen im Nahkampf mit einer Sniper besiegt? Ziemlich gut, würde ich sagen. Ziemlich, ziemlich gut, was ich hier wieder anstelle. Nehmen wir mal einfach wieder die Schrotflinte. Der Jackhammer hat mir ganz gut gefallen. Wir können aber auch die normale nehmen, falls die Munition mir da ausgeht. Oder wir machen es anders und nehmen diese Waffe. Und dann bin ich eh am glücklichsten. Hier geht's nicht lang. Au. Lust hat doch weh. Warum macht ihr das? Was ist das? Oh, der andere kommt auch da runter. Ich dachte, der eine kam um die Ecke. Habe ich nicht gut hingeguckt. Ah, der hat wieder ein paar Kugeln dabei. Aber auch nur zehn. Und jetzt beschwere ich mich schon, dass ich die ganze Zeit keinen Schaden nehme und dass ich da oben die ganzen Schmerzmittel, die rumliegen quasi nicht nutze. Und dann lade ich, wenn ich Schaden bekomme. Und dann lade ich, wenn ich Schaden bekomme. Auch absurd. Hallo? Wer piept da? Und warum tut er das? Hier war ich schon, da ist eine aktivierte Cola-Dosenautomat-Ding. Da muss ich wohl hier entlang. Au. 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 Da. Fress das. Irgendjemand schießt noch auf mich? Nein. Hier waren wohl noch letzte Kugeln, die da ankamen. Munition für den Jackhammer? Für den will ich doch gar keine Munition. Was soll denn das? Ja, dafür will ich Munition. Das ist schon besser. Ja, Schmerzmittel sind jetzt auch okay. Ach, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Gut, gut. War ja zu erwarten, dass man hier hinkommt. Max Payne, du kannst. Wow. Das war krass. Das war echt krass. Habe ich nicht mitgerechnet. Da kann ich doch mal den Jackhammer nehmen. Das ist ja super krasser Nahkampf. Ja, das passiert mit bösen Buben. Wenn sie sich mit Max Payne anlegen. Uahahahaha. Diese Musik ist ziemlich geil. Das muss man einfach zugeben. Ich glaube, das habe ich schon ganz oft gesagt. Das muss man einfach zugeben. Aber muss man ja auch. Hallo, ich sehe euch. Hä? Da wurde mir in den Rücken geschossen. Oh, jetzt kommt diese Katzi nochmal. Ich glaube, das mache ich mit diesem Jackhammer nochmal. Der spielt sich ganz nice. Und ich speicher. Das war alles. Ist schon ein bisschen lächerlich, oder? Findet ihr auch. Was ihr mir da bietet. Das ist doch keine Show. Ich wollte hier eine Show haben, ja? Und ihr? Wie viel waren das? 2, 4, 5 oder so? Ich bin enttäuscht. Nee, ich gehe jetzt nicht durch das Teil da. Ich will keinen Alarm auslösen. Gut, die Vorgehensweise war nicht gerade originell. Nicht so, als wäre das noch nie dagewesen. Auge um Auge. Der erste Grundsatz der Rache. Alt wie die Erde selbst. Und immer noch gültig. Die oberste Regel eines Killers war, seinen Job nicht persönlich zu nehmen. Zum Schluss war er es dann doch meistens. Zumindest bei mir. Ich nahm mir Zeit. Fuhr durch die verschneite Stadt spazieren. Es gab keine Eile. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Dachte darüber nach, baute ein wenig Wut auf. Ich parkte den geborgenen Schlitten am Vordereingang des Hauptquartiers, der Acer Corporation. Stieg aus, ging rein und legte los. Eine meiner Kugeln trug den Namen von Nicole Horn. Ich hatte tausend Kugeln mit dem Namen der Schlampe drauf. Sie verfügte über Ultra-Hightech-Sicherheitssysteme und genügend Söldner und Waffen für den Beginn des dritten Weltkriegs. Ich verspürte keine Angst. New York verschwand hinter einem Schleier aus Schnee. Ich war über die Schwelle getreten. Dies war ihr Revier. Blatt, sexy und seelenlos. Alles Glas und Stahl. Ein Ort voller farbcodierter Sicherheitskartenschlüssel. Vitaldetektoren und Überwachungsanlagen. Muss ich jetzt halt Sicherheitskarten sammeln oder was? Wie in, keine Ahnung, Q-Niveau für ein 3D? Oder war das nur so ein Gerede, wie Max es eh die ganze Zeit tut? Kälter als der Lauf seiner Pistole. Kälter als der Lauf seiner Pistole, falls ihr es nicht verstanden habt. Also akustisch. Und da wird ein Alarm ausgelöst. War ja recht klar. Max versucht aber auch gar nicht hier irgendwie ohne Aussehen zu erregen, reinzukommen. Und wenn er es versucht, dann versucht er es, naja, sehr. Dürftig. Dürftig ist da glaube ich echt ein gutes Wort. Das war seltsam. Das war seltsam. Wie treffe ich denn nicht? Irgendwie seltsam das Ganze gerade. Nee, die mach ich doch nochmal geschickt, ja fertig. Naja, geschickt genug für meine Verhältnisse. Oh, sie haben eine Munition. Gut, gut. Das gefällt mir. Dann wieder oben. Auch wenn die mehr auszuhalten scheinen. Oh, da oben. Gut, ich bin in die Luft gejagt worden. Auch nett. So begrüßt man seine Freunde. Ich wollte doch nur vorbeikommen, um mal Hallo zu sagen. Okay, die sind alle Geschichte. Gut gemacht, Max. Das ist aber echt surreal hier, diese Größe. Also die Dimension von allem. Ist irgendwie ein bisschen gruselig. Hat jetzt gerade auch ein bisschen was, so ein Flair von einem... Naja, nicht Horrorspiel, aber schon irgendwie von so einem irgendwie doch Horrorspielen. Nur halt etwas seltsam. Halt so ein surrealer Horror. Ja, die Teile gibt es ja auch noch. Was ich total unpraktisch finde, aber hey. Also für die Leute, die hier arbeiten, das ist total unpraktisch. So. Langsam passen wir uns vor. Okay, hinter mir ist noch einer. Ja, den hätte ich vorher ausschalten sollen. Hier am besten. So. Auch das hat funktioniert. Ist hier unten die Alarmanlage? Ist das der Eingang? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hört man das Geräusch auch einfach überall. Der ist grün. Kann man an so einen Fahrstuhl rufen, oder? Es passiert nichts. Oh Mann, eigentlich haben Fahrstuhl auch einfach nur so einen Knopf. Den drückt man drauf und dann kommt der. Viel komplexer wird das doch nie. Anscheinend in diesem Gebäude nicht. Da braucht man Sicherheitskarten. Das hat er ja auch erzählt. Das ist viel komplexer hier alles. Oder viel gesicherter. Weiter nach oben. Was soll denn das? Sie kriegen jetzt so viel Schaden. Von dir. Und hier ist einer. Nein. Oh. Oha. Okay, normalerweise kamen die bisher immer zu zweit. Zumindest hat sich das so angefühlt. Ach, jetzt bin ich hier, wo ich den einen weggesnipet habe. Und unter mir sind auch noch ein paar Tote. Hey. So. Ich weiß gerade nicht, wer da irgendwas gemacht hat. Okay, er hat mich wahrscheinlich kommen gespürt irgendwie. Okay, das klingt ekelhaft. Aber ihr wisst, was ich meine. Er hat geahnt, dass ich komme. Und ich würde sagen, ich habe mich schon wieder ein bisschen überzogen. Beim nächsten Mal geht es hier weiter mit Max Payne. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der Folge. Euer Vogel. Tschüss. Tschüss. Bye.